Als Mitglied der Internationalen Föderation Terre des Hommes, einem Netzwerk von zehn Kinderhilfsorganisationen, unterstützen wir benachteiligte Kinder, ihre Familien und ihr soziales Umfeld. Wir schützen die Kinder vor Gewalt und Ausbeutung und sorgen dafür, dass sie ihre Rechte kennen, für sie eintreten und ihr ganzes Potenzial in einer sich ständig verändernden Welt entfalten können. Kinder sind daran beteiligt, Kinderschutzstandards zu entwickeln und umzusetzen. Als Expertinnen und Experten ihrer Lebenswelt wissen sie, wie Terre des Hommes sie schützen kann. Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem Kinder sicher sind und vor Schaden und Gewalt geschützt werden. Diese Standards wurden von dem globalen Netzwerk Keeping Children Safe in vier Bereiche zertifiziert. Policy – wir entwickeln für die Arbeit mit Kindern Richtlinien und Regeln, um Kinder vor Gewalt zu schützen und angemessen reagieren zu können, wenn Kinder zu Schaden kommen. Personen – wir benennen klare Verantwortlichkeiten und Erwartungen gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unseren Projektpartnern, um im Einklang mit der Terre des Hommes Policy zu arbeiten. Abläufe – Terre des Hommes schafft durch die Umsetzung der in der Policy genannten Abläufe ein kinderfreundliches Umfeld. Rechenschaftspflicht – wir überprüfen und bewerten die umgesetzten Kinderschutzmaßnahmen regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie eingehalten werden und praktikabel sind. Kinderschutz ist auch deine Verantwortung. Informiere dich, was du zum Kinderschutz beitragen und wo du einen Verdachtsfall melden kannst. Bei allen Fragen und für weitere Informationen wende dich bitte an und childsafeguarding at terredesomme.org Beifall bei Rangel